Was ist die Mitbehandlung der Fatigue? Die Mitbehandlung der Fatigue ist natürlich eine wichtige Komponente für uns, das ist keine Frage. Vorderrängig stehen natürlich die sogenannten Entzündungen und Schmerzen und Schwellungen im Raum, die wir kontrollieren müssen. Die Fatigue ist, und das ist eine der wichtigen Komponenten, vor allem dann erfolgreich zu tangieren, ich nenne es jetzt nicht so zu behandeln, sondern zu tangieren, wenn wir die Krankheit früh kontrollieren können. Die Studien zum Beispiel, da gibt es in Holland lustige Analysen, dass wenn die Krankheit etabliert ist, die Fatigue nur sehr schwer zu behandeln sein wird, nicht sicherlich allein durch Medikamente, da wird dann die Psychologie einen sehr großen Anteil daran nehmen müssen. Aber wenn wir früh hineingehen, und da ist dieser Cut-off, diese sechs Monate, und da gibt es auch die für uns geltenden sogenannten Recommendations, also das sind die Empfehlungen, wie wir die Krankheit zu behandeln haben. Wenn wir hier in den ersten sechs Monaten eine effektive Kontrolle der Krankheit erreichen können, dann ist die Fatigue, und da gibt es so eine Scores, die wir dann in den Studien immer wieder präsentieren können, oder es uns präsentiert wird, dann ist diese Fatigue-Scores deutlich geringer und deutlich gebessert darstellbar. Und da gibt es jetzt, ob es eine Infusion ist oder eine Tablette, das sind diese sogenannten modernen biologischen Komponenten, die die Krankheit gut kontrollieren. Wenn wir dann in den ersten sechs Monaten hineingehen, dann ist der Erfolg, nennen wir es so, die Fatigue nicht ausgeprägt aufwachsen zu lassen, ein sehr großer. Das Messen der Fatigue ist ein komplexes Verfahren. Erstens müssen wir darauf kommen, ob eine Fatigue vorliegend ist. Wir haben schon viel in diesem Online-Kurs darüber gehört, wie sich eine Fatigue darstellt, wie sie sich ausprägt und in welchen Formen sie auftreten kann. Es gibt Fragebogen, es gibt mehrere Scores, das ist oft ein lästiges Unterfangen, aber mit den Scores können wir die Graduierung oder vielleicht eine gewässere Einschätzung dieses ausprägendes Fatigue wahrnehmen, auch so auch wie Ärzte. Ich bringe das vielleicht wieder vereinfacht dargestellt. Wir messen ja auch nicht den Blutdruck mit dem Beschwerdebild eines Kopfschmerz, sondern wir legen am Abend die Manschette an. Das heißt, wenn sie den Blutdruck spüren im Kopf, dann ist er zu hoch. Und jetzt müssen wir irgendwie diese Fatigue graduieren, um herauszufinden, wie stark die Komponente einer Beeinträchtigung wirklich von der Entzündung ist. Es ist ja nämlich so, dass auch wenn die Krankheit von uns Ärzten kontrolliert ist, das heißt, wenn wir die Schwellungen nicht mehr sehen, wenn wir keine Entzündungsparameter im Labor aufweisen und wir einfach sagen, ja, die Krankheit ist von uns aus kontrolliert und es geht ihnen trotzdem schlecht, dann wird es ja nicht die Lösung sein, dass wir Ärzte noch mehr Medikamente einsetzen, sondern uns hier um diese Komponente des Fatigue annehmen und diese Therapie hier in diese Richtung intensivieren. Das ist dann nicht nur immer mit Medikamenten, sondern eben auch zum Beispiel mit der effektiven psychologischen Einheit, die dann die Fatigue gut behandeln kann. Ganz einfach formuliert, wie können Sie die Fatigue beeinflussen im Rahmen Ihrer Entzündungserkrankheiten? Ganz einfach, das Einfachste wäre die Bewegung. Das Gelenk ernährt sich durch Bewegung und wenn Sie Bewegung machen können, geht vieles leichter. Das klingt jetzt natürlich für Sie als betroffene Patientin und Patient etwas sarkastisch. Sie haben Schmerzen, Sie haben Schwellungen, Sie haben Steifigkeit, Sie haben ersetzte Gelenke, Sie müssen Medikamente einnehmen, Sie müssen zu einem Termin beim Arzt sein, dort müssen Sie eine Stunde warten oder auch noch länger und dann wieder zu einem neuen Arzt geschickt zu werden. Das sind schon alles Faktoren, nennen wir es mal Stress, die damit dann Ihre Bewegung einschränken. Zusätzlich, was können Sie als Patient tun? Die Medikamente regelmäßig einnehmen. Das klingt jetzt auch so, dass das eh jeder macht, aber sind Ihre Medikamente wirklich immer richtig gelagert? Werden Sie immer richtig zum richtigen Zeitpunkt eingenommen? Wir haben da so ein paar Analysen, dass es nicht so ist, dass nämlich ein Großteil, bis zu zwei Drittel der Patienten, die Medikamente nicht regelmäßig einnimmt. Das heißt, dann fragen wir uns als Ärzte immer, wirkt die Therapie? Wenn die Therapie aber nicht regelmäßig korrekt eingenommen wird, dann wird sie nicht wirken. Das ist natürlich der eine Faktor, auf den wir eingehen können und diese entsprechende medikamentöse Therapie zu adaptieren, wenn man sie notwendig ist. Aber was können Sie auch noch tun? Das ist ja auch die Frage hier. Auch die anderen Erkrankungen gut einzustellen. Wie schaut es mit der Schilddrüse aus? Wie schaut es mit dem Blutdruck aus? Wenn Sie sich bewegen können, wird natürlich auch die Fatigue besser. Es gibt hier sogenannte, auch wieder Scores, die wir erheben, um gewisse Parameter wie die Vitalität, die Leistungsfähigkeit ins Scores abbilden. Das klingt jetzt wieder sehr sperrig für Sie, aber wir können, wenn wir die Krankheit erfolgreich kontrollieren, auch diese Symptome der Vitalität, der Müdigkeit oder auch die entsprechende Ausgelaugtheit verbessert darstellen. Also in Zahlen natürlich, da gibt es ja schöne Fragebögen, die durchwegs auch sehr aufwendig sind. Aber wenn wir die Verbesserung ins Scores messen können, dann wird es Ihnen auch besser gehen. Das ist jetzt für Sie plakativ gesagt, jetzt geht es mir eh besser. Nur wir müssen wissen, ob wir hier an der Therapie drehen können. Das heißt, ist die Entzündung kontrolliert, dann können wir die Therapie reduzieren, aufdehnen. Aber wenn die Fatigue-Komponente gebessert sich darstellt und Sie sich besser bewegen können, dann ist es doch ein gutes Zeichen, dass einerseits die Therapie wirkt, aber auch durch Ihre Mitarbeit und durch die Bewegung sich diese Fatigue gebessert oder, sagen wir, gelindert darstellt. Gibt es eine Tablette gegen das Fatigue oder die Fatigue? Das ist ja vom Englischen ein bisschen abgekupfert. Ja, wirklich, wir können die Tabletten so einsetzen, dass diese Fatigue nicht auftritt. Und zwar, wenn wir sie früh einsetzen. Wir sprechen ja von chronisch-entzündlichen Krankheiten. Und hier gibt es jetzt Medikamente, die genau darauf abzielen. Die können wir einsetzen und wenn die Krankheit gut kontrolliert ist, das heißt, die Tabletten müssen wirken, das ist ja im Prinzip immer so unser Ziel, gelingt nicht immer, das muss man auch klar sagen, dann muss die Therapie angepasst werden. Aber wenn wir diese Tabletten oder auch Infusionen oder auch subkutane Spritzen einsetzen, dann können wir, wenn wir innerhalb der ersten sechs Monate einen Erfolg erzielen, also die Krankheit in die Remission schicken, die Fatigue nicht auftreten oder deutlich geringer werden lassen. Und jetzt, wenn Sie sich fragen, wie schnell wirken denn die Tabletten, auch hier gibt es ja schöne Studien, innerhalb von vier Wochen ist die Krankheit und der Schmerz, und damit wird auch die Fatigue gebessert sich darstellen, erfolgreich zu behandeln. Also mittlerweile, die letzten 20 Jahre wurde hier viel investiert und die letzte Generation der Medikamente, die jetzt auf den Markt gekommen sind, adressiert, also wir zielen auch darauf ab, diese Parameter zu erheben und sie dann auch, wenn die Therapie neben der erfolgreichen Entzündungskontrolle auch die Fatigue sich besser darstellt, das zu publizieren. Und damit zusammengefasst, ja, es gibt die Tabletten, mit denen wir die Krankheit gut kontrollieren können, und damit wird auch die Fatigue gebessert. Aber nur alleine die Fatigue zu behandeln mit einer Tablette, das ist nicht möglich. Das ist immer nur in der Gemeinsamkeit der Komponenten, jetzt nicht nur Medikamenten, auch Psychologie etc. zu bewerkstelligen. Eine ganz kurze Antwort, nein. Der Wunsch der Patientin, etwas Eigenes zu tun, ist verständlich. Und wenn wir über Kaffee, Energydrinks oder Nahrungsergänzungsmittel sprechen, dann muss man klar sagen, dass das nichts bringt. Damit darf ich einen Punkt nachsetzen, vielleicht sogar ein Rufzeichen. Nahrungsergänzungsmittel brauchen wir nicht. Die Natur stellt uns alles zur Verfügung, was wir haben. Und eine ausgewogene Ernährung ist das Mittel der Wahl. Keine Frage, wenn Sie auf der Intensivstation liegen, schwere Erkrankungen haben, dann wird man schon ab und zu etwas dazugeben müssen. Aber wer ist denn nicht müde, abgeschlagen, leistungsgemindert? Das entspricht jedoch auch dem Zeitgeist, dass es hier ein Mittel gibt dagegen. Jeder hat eine Dose in der Hand, möchte zum Himmel aufsteigen, trinkt doch Kaffee, um wieder fit und leistungsadäquat den Alltag zu bestreiten. Aber das bringt im Endeffekt, wenn wir das Fatigue jetzt im Rahmen der chronischen Entzündungserkrankungen bekämpfen wollen, dann nennen wir es bekämpfen, nichts. Wir brauchen die entsprechenden etablierten, wissenschaftlich fundierten Medikamente, die ich Ihnen gebe. Da kennen wir uns aus, da gibt es wirklich gute Daten und Analysen. Ich kenne auch die Nebenwirkungen, auf die ich aufpassen muss. Aber im Prinzip sind diese allgemeinen, leistungssteigernden Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel nicht notwendig. Was ist die Nahrungsergänzungsmittel? Diese nicht-medikamentösen Begleitmaßnahmen, das ist ja das, was Sie eigentlich tun sollten. Jetzt geht es darum, um allgemeine Lebensweisheiten hier weiterzugeben. Regelmäßiger Schlaf, weniger Alkohol, Rauchen. Wer raucht heute eigentlich noch? Das ist schon erwiesen, dass das schlecht ist. Gerade bei entzündlichen, rheumatischen Erkrankungen ist der Nikotin ab Usus wirklich Gift. Es wirkt nämlich auch dann die Therapie schlechter. Nur um das kurz darzustellen. Aber auch diese anderen Komponenten. Wie ist denn der Zugang zu der Psychologie? Diese Psychologinnen und Psychologen können wirklich effektiv kognitive Veränderungen darstellen, wahrnehmen und mit ihnen besprechen. Das sind doch Dinge, die effektiv sind, die keine Nebenwirkungen aufweisen. Das muss man mal dazu sagen. Und wenn Sie sich damit dann besser bewegen können und Ihre Fatigue bekämpfen, das wäre doch viel einfacher, als eine eigene Tablette oder gar sich einen Energy Drink zuzuführen. Und es hat nämlich viel mehr Wirksamkeit und diese nicht-medizinischen Komponenten viel weniger Nebenwirkungen, nämlich gar keine. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.